Moin moin meine Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe ihr hattet alle einen entspannten Tag. Hier sind wir jetzt bei der zweiten Folge meiner St. Pauli Karriere und im letzten Part haben wir viel Organisatorisches gemacht. Ich habe einige Spieler auf die Transferliste gesetzt, die werde ich jetzt hier nochmal einblenden. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Taktik rein. Ich habe noch keine Angebote bekommen, ich habe auch noch nicht weitergeklickt. Wir gehen auf jeden Fall in die Aufstellung. Das möchte ich jetzt mal so beibehalten. Wir gehen auf ausgeglichen, aber hier langer Ball möchte ich nicht, ich möchte Ballbesitz. Ein paar mehr können ruhig in den Strafraum mit reinhecken, Freischüsse ist soweit in Ordnung. Verteidigung, ausgeglichen ist denke ich auch mal gut, ein bisschen höher stehen. Und so fangen wir jetzt mal an die Rollen. Kapitän Aveboa ist soweit in Ordnung, Freistoß 11 Meter möchte ich. Ja, okay, das geht vielleicht nochmal. Ne, dann ist das Knoll. Dann passt das soweit. So, dann möchte ich sehr defensiv, da möchte ich die Aufstellung ein bisschen abändern. In einem 4-1-4-1. Wollen wir nochmal eben gucken. Burgstaller, oh, der verliert 11. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, im Spiel werden wir dann wechseln. Den werde ich erstmal da soweit lassen. Taktik zurückfallen lassen. Breite gar nicht mehr so breit. Da langer Ball ist vollkommen in Ordnung. Da kann man ruhig etwas breiter stehen. Und ein bisschen mehr. Und ja, das lassen wir dann soweit. Achso, die Anweisungen. Zentralorientiert. Anspielstation. Und vorne bleiben. Du kannst dich mit nach vorne orientieren. Und Mitte abdecken. Du sollst hinten bleiben. Und Mitte abdecken. Und Knoll. Passwege zustellen. Und Mitte abdecken. Genau, die Außen lassen wir soweit alle. Hier natürlich hinten bleiben. Nee, du. Ey. Hinten bleiben. So, dann haben wir das schon mal. Dann gehen wir ein bisschen defensiver. Da möchte ich dann gerne ein 4-4-2 spielen. Team nochmal angucken. Genau. Dann wahrscheinlich ab der 80. Minute werden wir einsetzen. Offensiv. Da möchte ich ein 4-2-3-1 spielen. Ich hoffe, das passt soweit. Oh, da verlieren wir ein bisschen an Punkte. Sehr ärgerlich. Möchte ich aber trotzdem gerne spielen. Druck nach Fehlern. Das passt soweit. Langer Ball nicht. Schneller Aufbau. Und das lassen wir so. Ach. Hier möchte ich noch gerne die Anweisung ändern. Zentral orientiert. Vorne bleiben. Du sollst auch vorne bleiben. Ne, das lassen wir soweit. Das passt auch. Das passt auch. Hier ist halt wichtig. Mitte abdecken. Und die lassen wir soweit. So, und dann kommen wir zu sehr offensiv. Da spiele ich mit einem 5-3-2. Umfall. Wo ist die? Genau. Mit der Formation. Da muss ich jetzt... Da verliert natürlich einiges an Punkte. Aber das ist wirklich allerletzte Eisenbahn. Ähm... Knoll. Lassen wir tatsächlich so. Aufstellung. Taktisch. Taktisch. Ständiger Druck. Alles ruhig etwas höher. Langer Ball. Ist vollkommen in Ordnung. Und dann die Anweisungen. Und dann die Anweisungen ist klar. Vorne bleiben. Zentral orientiert. Nido Burgscherl als Anspielstation. Und er hat Abwehr überlaufen. Profi. Ähm... Auch vorne bleiben. Mitte abdecken. Und energisches Abfangen. Ne. Du sollst auch vorne bleiben. Hier werden wir nur das Abfangen ändern. Und hier... Mit Angreifen und Laufwege. Immer übergreifend. Dann machen die ordentlich Druck und Tempo. Das wird die Ausstellung sein. Taktik möchte ich gerne speichern. So gehen wir in die Saison erst mal in das Vorbereitungsturnier. Transfers habe ich jetzt noch keine. Da habe ich noch gar keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert. Donnerstag sieht das nach trainingsfrei aus. Simulation stoppen. Nein. Und hier sind wir schon beim Spiel. Und eine Mitteilung. Und lenkt vor Ort. Hey Boss, ich bin überrascht. Auch ein wenig froh, dass sie diesen Schritt eingeleitet haben. Ohne, dass ich da drum bitten musste. Ich kann dir keine Spielzeitgarantie geben. Ich sehe mich lediglich um. Du bist woanders besser aufgehoben. Ich kann dir halt keine Spielzeitgarantie geben. Tut mir wirklich leid. Super, wir sind uns einig. Genau, sehr schön. Da sind wir uns auch einig. Hallo Boss. Im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich beim FC St. Pauli begrüßen. Ich freue mich auf die Zukunft. So, das war es auch schon. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel. Ah, okay. Also hier sind wir jetzt im Spielmenü. Vor dem Spiel quasi. Dann können wir selber aussuchen, ob wir spielen möchten. Simulieren. Schnell Simulation, Team Management. Und nochmal gewisse Sachen anpassen. Ich würde sagen, das erste Spiel gehen wir direkt rein. Let's go. So, und hier sind wir auch schon im ersten Vorbereitungsspiel. Der European Shield Cup Edition, sage ich jetzt mal. An der Court Lane. Guido Burgstaller. Und auf Michi, Rio. Auf Guido Burgstaller. Und, oh, den muss er machen. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Schöne Flanke. Guido Burgstaller. Verzieht ihn ein bisschen mit dem linken Fuß. Und da sind wir natürlich ein bisschen bedient. In der vierten Minute direkt das 1-0. Das wäre ein Traumstart gewesen. Und wieder auf Buchtmann. Kofi. Rio kommt entgegen. Guido Burgstaller will den Ball haben. Macht den Weg frei für Kofi. Und das muss das 1-0 sein. Und der Torwart hält ihn. Schade. Die Kontersituationen lauern. Jetzt zum Beispiel. Jetzt außen. Da muss zu sein. Viel zu früh kreisgedrückt. Oh, da spielt er das gut aus. Willock ist vorbei. Holzen kann ihn nicht mehr richtig stoppen. Und da ist das 1-0 für die Green Park Rangers. Come on. Die Boys in Brown. Auf geht's. Ditkin. Schnelligkeit ausspielen. Jetzt eine richtige Flanke spielen. Und da ist das 1-1. Durch Buchtmann müsste es gewesen sein. Jetzt. Christopher Buchtmann mit dem Ausgleich. Keine 5 Minuten später. Und da Junge. So. Gut verteidigen jetzt. Hey. Jetzt vorschieben. Oh, da spielen die richtig stark. Und da ist das 2-1. Kurz vor der Halbzeit. Da kommen wir wieder nicht in die Zweikämpfe rein. Verteidige ich auch schlecht. So. Buchtmann nehme ich runter. Dafür kommt Becker rein. Und Daschner kommt da vorne rein. Und. Makinok vielleicht noch. Über links. Buchtmann auf Daschner. Doppelpass. Da ist er durch. Let's go. 2-2. Durch Lukas Daschner. Buchtmann. Sehr gut. Und Daschner zeigt an. Er geht den Weg. Er möchte sich auf jeden Fall beweisen. Und lang. Und zurück. Burgstaller. Noch einmal drehen. Rio macht ihn jetzt. Und er haut ihn rein. Sehr nice. Stark gespielt. Daschner. Gute Übersicht. Rio läuft perfekt rein. Und da ist die erstmalige Führung. Für unseren magischen FC St. Pauli. Da dreht er sich stark. Und Rio macht ihn. Einfach nochmal lang. Nach vorne. Und da geben wir wieder das erste Spiel. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Spiel. Es sei denn auf dem Transfersmarkt passiert irgendetwas. Das werde ich euch natürlich dann auch noch zeigen. Und dann sehen wir uns. Und hier haben wir auch das erste Leihangebot. Und zwar für Luis Cordes. Gehen wir mal rein und gucken was er gerne machen möchte. SV Sandhausen. SV Sandhausen. Kann man auf jeden Fall verhandeln. So und hier sind wir auch schon. Schön, dass sie da sind. Wir freuen uns auf dieses Meeting. Legen wir los. Alles klar. Laie mit Kaufoption. Wenn. Möchte ich dann nur ohne. Okay, das möchten die gar nicht. Und somit gehen wir einfach ins nächste Spiel rein. Let's go. Und hier sieht man auch schon. Dass beide erstplatzierten gegeneinander spielen werden. Da spielen wir auch noch mit. Obwohl. Dieses Mal. Werden wir natürlich ein bisschen umstellen. Makinov darf von Anfang an. Smarsh habe ich ja schon angekündigt. Lawrence darf rein. Und. Lucas Sander darf rein. Benertelli darf sie auch noch mal zeigen. Für Knoll. Zierreiß. Für Buballa. Und. Aremu. Für Buchtmar. Die anderen lasse ich soweit. Die spielen dann im dritten Spiel. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns im Spiel wieder. Und hier sind wir auch schon. Im Regen. Englands. Kann das sein? Sind wir gerade in England? Weiß ich gar nicht. Im Forest Park Stadium. gegen die belgische Mannschaft. Die das erste Spiel auch gewinnen konnte. Schön aggressiv. Aremu. Leider ein Vorgespiel. Schade. Aber das gefällt mir. Hier gucken wir noch mal. Weil er ist ein Fummler. Von Aremu Randa. Das stört ihn. Kommt aber leider nicht am Ball. Die erste Torchance. Und das 1 zu 0. Für die. Belgischen. Erstligisten. Sehr ärgerlich. Da verlieren wir noch mal den Zweikampf. Und dann spielen die da stark aus. Lucas Sander wird viel zu weit in die Mitte rein. Und dadurch hat der linke Mittelfeldspieler. City. Ganz viel Platz. Und haut das Ding eiskalt rein. Das geht so nicht. Mal sehen wir auf Dittgen. Und schnell spielen. Guter Ball. Starker Ball. Dittgen jetzt. Mit der Chance zum Ausgleich. Und er knallt ihn rein. Let's go. 1 zu 1. Und er weiß ganz genau wo er sich bedanken muss. Bei Rio der noch mal quer legt. Auch ein starker Pass von Kofi. Da sieht man den noch mal. Und dann direkt quer gelegt. Und Dittgen haut ihn rein. Sehr schön. Im ersten Spiel ja nicht ganz so überzeugt. Aber hier mit seinem Treffer. Das ist jetzt auch eine bessere Anfangsphase. Da haben wir keine Mann dran. Jetzt müssen wir wieder umschalten. Kann gefährlich werden. Lawrence kommt sie durch. Oh. Ja und zieh. Zieh, 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 zieh. Stören. Ey. Das ist so einfach. Und da ist das 2 zu 1. Da haben wir einfach schlecht verteidigt. Eine erste Halbzeit mit Licht und Schatten. Sehr viele Angesuffe nach vorne. Aber konnten das noch nicht so ganz gut ausspielen. Jetzt kommt Salasa wieder rein. und Pulzen, den ich links hinten spielen lassen möchte. Und Daschner kommt vorne rein. So, letztes Spiel schnell machen. Und Daschner ist durch. Komm schon. Dittgen sieht er. Dittgen ruft. Dittgen macht ihn rein. Und das zweite Tor von Dittgen. Sehr nice. Wie ein Boxer. Wirklich nice gespielt. Will ein Tor erzielen. Dittgen geht nochmal runter für Burgstaller. Und jetzt nochmal. Da ist das Tor. Sehr nice. Da sieht man die Kopfballstärke. Von Makinok. Wirklich nicer und richtig starker Kopfball. Und Burgstaller ist der Erste, der gratuliert. Da sieht man doch auch die gesunde Rivalität. Im Sampoli Kader. Und da steigt er hoch. Und schön auf den ersten kurzen Pfosten. Hier sieht man das nochmal. Verteidiger kann den gar nicht mehr abgaben. Wird als Eigentor gewertet. Kann ich nicht nachvollziehen. Und das, wie ich finde. Gerade als Sechser. Stark gespielt. Und da gewinnen wir das Spiel. 2 zu 3. Und würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Spiel. Es sei denn. Da kommt noch was. An Transfers angeboten. Und hier haben wir gerade eine Nachricht von Rico Benatelli bekommen. Danke für das Gespräch Boss. Es tut mir leid, dass ich das so hart sagen muss. Aber ich sehe leider keine Zukunft mehr bei diesem Verein. Hier macht es mir einfach keinen Spaß mehr. Bild zu unserem Stich lassen. Ich würde sagen. Überleg es dir nochmal. Vielleicht. Ich würde mal eine Nacht drüber schlafen. Und dann gucken wir mal. Aber eigentlich ist er eingeplant. Zwar nicht als Stammkraft. Aber als... Ja, dritter Mittelfeldspieler. Oder vierter. Gerade in der Zentrale. Falls man sich welche verletzen. Wann ist es auch nicht immer besser. Du solltest dir das Ganze nochmal gründlich überlegen. Okay. Und Posteingang. Oh, okay. Hallo Schulz. Ich möchte Sie darüber informieren, dass Jenny Malaitia Spor bereit ist, die Freigabesumme für Rico Benatelli zu bezahlen. Die Verhandlungen mit Rico Benatelli haben begonnen. Es liegt nun am Spieler. Ah, okay. Krass. Das heißt, die ziehen die Freigabesumme von 1,5 Millionen. Ja, wenn ich das bezahle, dann nehme ich natürlich gerne das Geld mit. Aber krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und weiter geht's. Leihangebot für Sänger. Okay. Alter, was geht jetzt denn ab? Abelvor von Basel für die Freigabesumme. Danke für das Gespräch, weil es tut mir leid, dass ich so... Oh, also... Ey, Christopher, wir brauchen dich. Du bist unsere Säule, du bist unser Kapitän. Danke für deine ehrlichen Worte, aber vorher verlassen wir uns. Natürlich weiter, okay. Das gilt für mich und das gilt für deine Teamkollegen. Ey, die Frage... Freigabesumme. Muss ich nochmal gucken. Das geht so natürlich nicht. Die Laie... Ähm... Verhandeln? Verhandeln wir mal. Aber das ist natürlich jetzt ein Nackenschlag. Ja, komm, akzeptieren wir. Für Sänger. Das klingt okay, wir sind bereit. Ein Ja ist auch soweit in Ordnung. Akzeptieren wir. Okay, aufteilen. Mennen wir auch. 400. Ja, möchte ich gerne 510. Ja, okay, wunderbar. Eine halbe Million für ihn ist, glaube ich, denke ich mal ganz in Ordnung. Ja, Freunde. Also das waren jetzt nochmal zwei Nackenschläge, womit man nicht rechnen konnte. Hiermit beenden wir auch die Folge. In der nächsten Folge werden wir uns den einen oder anderen Neuzugang vielleicht mal angucken. Vielleicht müssen wir auf den Abgang reagieren, das weiß ich nicht. Wir werden uns auch die Freigabesummen der Spieler nochmal angucken im Kader. Und da vielleicht neue Verhandlungen antreten. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schaltet wieder ein, unterstützt mich dabei und ciao.